Spongebob Guten Morgen, Thaddeus! Spongebob, was tust du in meinem Haus? Ich will nur nicht, dass du verschläfst und zu spät zur Arbeit kommst. Oh, mein lieber Mann, ich muss sagen, das ist wirklich sehr aufmerksam von dir. Ach, gern geschehen, mein Lieber, dafür sind gute Nachbarn doch da. Du hast dabei nur leider ein winzig kleines Detail nicht berücksichtigt. Wirklich? Und das wäre? Es ist Sonntag! Und als guter Nachbar stört man mich nicht am Sonntag!